So, also dass ich einfach so aufgebe, wo ich schon fast am Ende des Spiels bin, das bin ich nicht. Deshalb machen wir heute Holoment fertig mit dieser Aufnahme, du wirst natürlich wahrscheinlich perfekte sehen, vielleicht auch nicht, wenn du überhaupt kein Video siehst, dann weißt du nichts von diesem Video, weil ich es einfach aufgegeben habe, aber heute versuche ich einfach nur ganz haltend fertig zu machen mit 10.000 Versuchen, habe sogar ein neues Sturmgewehr gekauft, tatsächlich hatte einer da in Feuerwehr, den Sturmgewehr zu verkaufen, guck mal da, er macht 141 Schaden. Und im Vergleich zu unserem Sturmgewehr, den wir davor gekämpft haben, hat er nur 19 gemacht. Siehst du wie gut ich war, die ganze Zeit. Und deshalb fangen wir an anzufangen, oder fangen wir fort fortzufahren, vernichten wir mal Holoment. Viel Spaß mit dem Video und guten Hunger, wenn du gerade auf Essen bist. Hey, wir haben VIPs, führe etwas im Schilde. Und auf geht's. Erste Praktik ist ganz klar. Ich glaube zum Schluss müssen wir wahrscheinlich wieder rum rumlaufen. Willst du das wirklich? Ja. Das war kurz ein Sturmgewehr. Das ist gut. Du kannst nichts tun. Ich brauche Blut. Und zwar schnell. Das Sturmgewehr hier, das viel besser. Das Sturmgewehr kann man schneller nachladen. Ein bisschen ruhiger angehen. Wo ist noch einer von denen? Ich glaube, die sind nicht unendlich. Ich habe mich nur gehört. Ich glaube, die sind nicht unendlich. Nein, die sind nicht unendlich. Die sind nicht unendlich. Aber doch, hier ist einer wieder von denen. Ich weiß auch nicht. Ich versuche dich einfach nur irgendwie zu töten. Du wirst mir die Trance nicht nehmen. Und die sind ein bisschen übertrieben. Die machen Schaden auch. Bei einer wieder gestorben. Blin. Zack. Boah, ich hab wieder Glück gehabt. Mal lass mal hier kurz durchlaufen. Wo ist dieser eine noch? Hier ist noch einer. Mal letzte? Nein. Mal nicht letzte leider. Ich heil mich jetzt mal auf. Du wirst ein Teil von mir. Genau wie sie. Also dann. Ich gehöre mich auf dich. Ich gehöre mich auf dich. Ich gehöre mich auf dich. Nein, 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 nein. Doch, dieser einen Spalt noch. Noch einen. Der hat mich. Das darf nicht. Der hat mich. Das darf nicht. Ich kann nicht sterben. Du kannst nicht. Nichts. Nachdem ich aufgegeben habe. Aus der ersten versucht. Ich dachte, komm, ich mach das Sturmgewehr. Ich sag doch, Sturmgewehr ist mein Lieblingswachen. Ohne Sturmgewehr geht gar nicht. Scheiß auf Blinte und Sturmgewehr, wenn das ist cool bin. Kann ich jetzt einfach runterspringen oder was? Ich sterbe aber doch. Nicht runterspringen. Nein, nein. Nein, nein. Ich geh nur mal in den Weg runter. Jetzt können wir raus. Mal schauen, was da passiert. Aus dem ersten Versuch bin, nachdem ich aufgegeben habe mit Stream. Einfach so vernichtet. Geist gleich. Was ist hier jetzt? Metalink. Nehme ich. Schädel. Dann nehme ich auch. Ich schaue. Kann ich eschmecke, oder? Was ist dieses Ding? Das ist ein Ding. Der ist mein Schädel. Alles ist der Gart. Sie blöden. ich bin dann die ja vorbei gerascht und nicht gedacht dass die noch alle da sind ruhig jetzt holen mitgegangen bin egal ich bin ja hier wollen die sind jetzt dort lasst mal zurückreisen aus ersten versuch ich bin gezeigt was lang ist es wirklich das ende des spiels also ist es wirklich jetzt ist holen wenn jetzt wirklich dort wird die nachricht rebecca wo sind die sind hier oben seit du den holumen ausgeschaltet hast funktionieren einige funk frequenzen wieder du musst du mit rebecca reden ich will duschen wie welche rebecca muss ich reden ja nein ach hier verschwinde du musst den leuten helfen und rebecca sagt sie hätten einen pfleger dabei ohne dr. hunt hat einer ein problem oh ja die meint ich sollte dorthin wenn ihr es schafft gebt ihr grünes licht und joe und ich kommen ja ich werde für einer sicherheit sorgen wir raten auf euch was denn jetzt wieder besprechen okay von mir aus das ist wohl wenn ich nicht nach es geschah als es keiner sah wie wurzeln in der erde ihre zähne sanken tief niemand wollte hinsehen alle kümmerten sich nur um sich selbst die vampire kamen und sie taten es ohne die leiseste vorwarnung sie übernahmen die stadt sie gingen aufeinander los und als sie alles hatten wollten sie noch mehr ich spüre es ihren hass ihre gier all das böse das sie taten es sickert in alles ein es ist in ihrem blut in ihren köpfen und jetzt auch in meinem sie dachten nichts könnte sie aufhalten aber jetzt wissen sie es sie wissen jemand macht jagd auf sie und sie haben angst was ihr tun müsst einfach zurück beißen und kommen sie aus dem wüsten irgendwas stimmt hier nicht ich glaube wir sind jetzt woanders ich will hier rein alles voll bei mir alles voll wenn sich bunt obwohl sturmgewehr ist nicht voll den geist kenn ich sie will dich sehen ich bin der die roten tür dann ist sie zufrieden ich bin der die roten tür dann lass mal kurz die roten tür suchen um roten tür zu finden müssen wir einfach nach der roten tür schauen müssen wir einfach nach der roten tür schauen da gehen wir rein blind na ist voll gut gehst du das ist wieder irgendwie komisch ich bin ich nicht in der rolle ist manchmal muss man durch den schmerz tut um ihn zu besiegen wieder in noch jemanden hollow 2 im n2 zu besiegen was und da ist was rotes auf jeden fall dann scheint er hatte da die rote tür die der geister man erwähnt hat genau genau die ist da da fangen wir durch fangen wir durch neue flinte jetzt was was nun bitte warum bin ich monster du bist hier weil du unrecht getan hast weil du falsch liegst gut dass du zu mir gekommen bist das problem ist ich sehe hier drei wir zwei haben noch eine rechnung offen naja ok lass mal die papiere hier loswerden ja ja oben da ist ja so gut zu mir ja doch das liegt mir wirklich aufs malen ja der ist doch irgendwie festgepackt in einem aktuellen Moment hau hau lass mich rein wo war die waffen bevor ich die ganze zeit besucht es war jetzt keine besondere also keine legendäre oder die macht schaden fahrer das verstehe ich nicht hier sind wir nicht nur schiefen, wir sind nicht nur schiefen warum? warum sind wir nicht? Blut Wir müssen hier Pause stellen, das durchlesen Wir haben noch eine Handfeierwaffe noch bekommen Das macht die Kotz, aber wir haben auch ordentliche Ich weiß nicht So Na gut, sonst gibt es hier eigentlich nichts mehr Wir drehen jetzt die Runde Deshalb gehen wir In welche Kuppe nicht reingegangen Lass mal in die reingehen, hier steht Rekord Dann mach es mal Ja Okay Und jetzt sind wir woanders Oh ne, nicht die Das sieht hier im vollen war Lass mal kurz hier vor Oh Unsinn viele Vampire Das gefällt mir nicht ganz Oh Sturmgewehr-Ammunition So, ich verstehe nicht, ich hab keine Sturmgewehr Was hat er? Was hat er? Du gehörst mir Oh Deine Was hat er? Oh 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 wo bist du bist doch wo bist du zum anderen band hier an geraten das gefällt mir auch ja ich bin gestorben hier wieder sind die andere mal wieder da oder wir kürzen das natürlich ich bin auch andere tun mal betreten zum beispiel hier ist auch was an sich ist egal welchen wir nehmen ja aber antieren sind schon mal nicht da er ist egal wie ich das schon mal den selben punkt anscheinend so freulein die vampire sind auch schon alle wach nicht ganz sondern auch frei wollen hier Das macht verdammt viel Schaden mit dem Scheiß mit den Dänken. Das macht verdammt viel Schaden mit dem Scheiß mit den Dänken. Das macht verdammt viel Schaden. Jetzt sind wir rot. Jetzt können wir noch mal das Video angucken, weil hier kommt jetzt nichts mehr. Weil wir schon durchgelaufen sind. Also das wird bisschen rot. Hier sind wir auch, da kommt auch keine Stimme mehr raus. Und jetzt hier in die Mitte. Okay, passiert gar nichts. Hier gehen wir direkt hier rüber, okay. Umwegen. Mindestens dreimal durch die falsche Tür. Die falsche Tür. Einmal durch die falsche Tür. Boah, kenne ich... Wie erkenne ich, wie die richtige Tür ist? Ich werde dich ausweiten. Ich werde dich ausweiten. Müssen wir in eine bestimmte Tür reingehen. Und rot. Ah, wir müssen dann... Okay, okay, das ist random. Gut, gut, gut. Einfach... Jetzt habe ich verstanden. Das ist halt random, da wo rot aufrechnet. Da müssen wir durch. Also wir warten jetzt Zufallgab. So, hier ist das Ding. Lauf. Hier. Und jetzt. Wir gucken. Hier ist Spott. Und dann wird die Rote. Und dann wird die Rote. Und dann wird das. rot oder ja hier ist zum beispiel rot hier müssen durch ein bisschen wissen was hier oben ist ich wette diese schlüsse scheiße ist wichtig wie der hollow man und seine schmetterlings manie ab munition fällt uns auch gestummt wird zum beispiel dann nicht noch welche oder ja das ist schon alles aufgesammelt wird es zeit erbärmlich verdorben ich kenne krankheit ich kenne tot wir werden uns wieder sehen wir werden uns wieder sehen ok stop only wir werden uns wieder sehen wir werden uns wieder sehen wir werden uns wieder sehen hoffentlich warten rebekka und ihre Mannschaft noch mehr zentrum auf uns rief das mehr zentrum ok was das win durch noch gerade java 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 das erstmal zum stützpunkt hin rennen und dann ich würde wirklich mehr stark überlegen mal mache ich hier weiter oder möchte nicht weiter spielen aber erst mal gehen wir einen aus dem weg diese kultisten und scheiß sind auch bestimmt den kult ist wir wünschen uns erst mal nicht also es gibt doch nicht nur im redfall von anderer städte sich nur eine dieser gedenktafel wenn wir hier schnell reisen können weiß ich weitermachen natürlich du wärst wo wirst du überhaupt es überhaupt misswissbar es müssen ist zwar nicht dass du dir mit dem schiff das bei uns verursacht hat dann sehe ich schon mal irgendwo ich doch habe ich keine vampire mehr das war noch schnell markian wakain das schnell reisndanai wakain wir mal die schweiz ich braße entlang wird 6 nach dem Achtung sie haben Verstärkung Nehmen wir direkt weg Gute ja an sich mit hollow man wenn das wirklich das ende wäre das spiel wirklich zu kurz gewesen Da ist das Meereszentrum ich bin zwar kein Botaniker aber ich wette dieser Monsterbaum sollte da nicht sein Das hier kann sein denn hier sind zu viel Nebel da bin ich unten lang gelaufen Doch lieber die Brücke genommen Ich weiß dass ich dahin muss aber hier ist totes Nebel überall blit haben die mir leuchtbar geschossen blit Ich weiß ich muss dahin ich weiß Wir können natürlich schnell durchraschen so am Decoder wir könnten einfach hier aus rumlaufen Wir können einfach aus rumlaufen Dann kommt der Kammann-Boh Dann kommt der Kammann-Boh Ich bin so schön Meereszentrum. Musst du das wieder befreien? Du baum zerstören, ok. Dünger verwandeln. Ich sollte sie von ihrem Elend erlösen. Ok. Sie wissen es. Da kommt Ding hier oben. Oh ne cool, wann die gerade hier war. Da sind die. Problem. Ich bin nicht da. So, 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 so. Komm hier aufs Dach. Am besten. Wie komme ich hier aufs Dach? Ach, ich habe nichts gesagt. Aufs Dach kommt man logischerweise durch eingestürztes Dach. Ich habe hier auch gesagt. Blind. Blin, meine Fresse. Und jetzt. Weil ich den Kerl Kernholzbrot. Und wo ist er? Wo ist er? Eigentlich so unten, was wir da gesehen haben. Das heißt, wir müssen jetzt wieder runterlaufen. Runterfallen. Lass mal andere Seite nehmen, weil da sind vielleicht ein paar Vampire. Aber du bist nicht wieder so eine komische Brille. Ich habe hier keine Munizion. Ich auch. Ah, weg dort. Oh, verpiss dich! Oh, du bist nicht stein. Du bist echt. Und jetzt. Du bist nicht stein. Gut, wir haben noch ein Hauptquartier, deshalb würde ich sagen, bis hierhin liken, abonnieren, kommentieren, weiterempfehlen und ich überlege mir, ob ich das fortsetzen dann im Stream-Modus, den Stream weiter meine ich und erstmal bis hierhin, ciao, haut rein, weiterempfehlen.